Ich bin fertig. Nein. Da hätte ich eigentlich speichern sollen, wenn ich das gelootet habe. So, jetzt habe ich genug Munition. Da muss ich zwar lang, aber ich will kurz gucken, wo es da hinten noch hingehen würde. Was ist da? Hätte ich dann vorher gewusst, dass man da draufstecken kann. Hätte ich das ja vorher mitgenommen, alles immer. Aber das habe ich ja nicht gewusst, deswegen wusste ich es auch nicht. So. Vielleicht werden wir jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Doch, nö. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückgelegt. Und ich werde ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Nix, Master. Ich überlasse Sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Warum muss ich das jetzt? Ach Gott. So lang es nur einer ist. Aber was kann ich jetzt dagegen tun? Also ich komme hier nicht raus, auf jeden Fall. Ja, auch komme ich. So, hier. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich es wenigstens eingesperrt? Natürlich nicht. Der hat sich hier mal schön durchgefressen. Achso, ich muss ihn da reinlocken, festhalten und dann töten. Das wird, glaube ich, das Geschickteste. Oh Gott. Lass mich doch in Ruhe. Nein. Oh fuck. Nein. Mann, hau dir rein. Lauf, du hässliches Ding. Ja. Und wie viele von den Dingern hier auch sind. Oh oh. Ja, das schaffe ich mit diesem Leben nicht mehr. Ich werde es mit dem Leben nicht mehr schaffen. Mann. Eins habe ich jetzt töten können, aber dann ist man aber wieder Feuermüll. Ja, kurz, das ist eh fertig. Nein. Ja, Gott. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe es erst mal testen müssen. Ich weiß jetzt, wie es geht, auf jeden Fall. Was ich machen muss. Und... Deswegen... Weiß ich jetzt... Moment, ich muss kurz mal auf das Telefon gucken. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. So. Kommst du hier rein? So. Aha. Schnell, 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 schnell. Schnell. Jawoll. Jetzt habe ich ihn. Boah. Gott sei Dank habe ich ihn getötet. Boah. Ich habe den Marshaßsicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Ja, ich habe... Oh nein. Stirbst du? So. Boah, das war jetzt... Zum Glück habe ich das kurz testen können. So. Ich muss natürlich noch kurz einen Loot mitnehmen. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und... Dann nochmal drauf. Hier habe ich auch noch die Munition alles dabei. Einen Augenblick kurz, meine Freunde. Ne. Sorry für den kurzen Cut. jetzt geht es weiter also ich brauche jetzt nicht mehr gießen der hässliche dinge antreten das macht die sache schon deutlich einfacher haben wir hier energieknoten gut jetzt will ich den typen töten der wo mir das zehn dauern auf den hals gehetzt hat warum schon aufmachen jetzt ein schuss ich habe jetzt alles was gegen diese sache wirkt und jetzt muss sie sind nur noch einsetzen und den dinger töten der wo die ganzen mensch vergift aber ich glaube wir haben diese mission überlebt die er wolle kapitel 6 noch vier kapitel meine freunden dann sind wir durch jetzt auch nicht gedacht dass es so gut geht jetzt speichern das ding noch dass ich endlich diesen hässlichen dinger durch bin ich war ein brocken also da will ich nicht noch mal begegnen jetzt komme ich in die hydro station vielleicht auch noch fliegen oder so irgendwas aber jetzt erst mal wieder bisschen geschichte anhören bestimmt und es gibt ein neuer anzug auf jeden fall gibt es hier ich bin erfreut zu berichten dass wir derzeit auf knapp maximaler kapazität arbeiten die flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare ernte hat mehr als erwartet abgeworfen ich wollte den überschuss zur kolonie bringen lassen aber der captain hat ein flugverbot mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin alle wissen dass es dort unten probleme gibt und ihnen unseren überschuss zu verweigern wird daran auch nichts ändern wir sind alle da und sie sind alle hässlich